so moin leute herzlich willkommen zur formel i saison 2021 von den rennen aus london formel i london e prix 1 heute um 14 uhr heute um 16.04 let's go das rennen gewinnt robben freind herzlichen glückwunsch an robben freind zweiter wird rene rast dahinter andré lotterer nick de vries kommt als vierter ins ziel dann fünfter nick cassidy sechster oliver rowland sechster maximilian günther und auf den achten platz landet lucas digrassi so das war's vom rennen london e-comprix 1 von 2 so wenn das video go find out that's me like that that's me like that ciao Oh.